In diesem Video widme ich mich der Grenzrate der Substitution, genauer gesagt dem speziellen Wachstum dieser Grenzrate. Ich will anfangs nochmal die Definition der Grenzrate der Substitution in Erinnerung rufen. Es heißt, sie ist ein Maßstab für die Frage, wie viel ein Konsument von einem Gut A bereit ist aufzugeben, um eine zusätzliche Menge von Gut B zu erhalten. Also wie viel von dem einen bin ich bereit aufzugeben, wenn ich eine bestimmte Menge von dem anderen erhalte. Grafisch wird diese Grenzrate in einem Koordinatensystem mit der sogenannten Indifferenzkurve dargestellt. Dabei kennzeichnet jeder Punkt auf dieser Kurve eine Kombination aus zwei Gütern. Entsprechend werden beide Güter jeweils auf einer Achse abgebildet. Die zentrale Frage für mich lautet jetzt, warum sieht der Verlauf der Indifferenzkurve genau so aus? Das Wachstum ist ja am Anfang stark negativ, weil die Kurve so stark abfällt und wird später immer flacher, das heißt das Wachstum nimmt zu, bleibt aber eben negativ. Es könnte ja auch sein, dass der Verlauf der Indifferenzkurve linear ist, also gleichmäßig fällt. Das will ich jetzt beispielhaft überprüfen. Ich nehme also eine Kombination aus Pizzen und Kinobesuchen. Der Graf im Koordinatensystem zeigt an, welche Pizza-Kino-Kombinationen mir immer denselben Nutzen bringen. Kurz gesagt, wie viel mehr Pizzen würde ich essen, um einmal weniger ins Kino zu gehen. Oder auch umgekehrt. Klingt vielleicht seltsam, aber wenn ich beides in Verhältnis setze, geht es ja um den Nutzen, den mir beide Güter bringen. Eine Achse zeigt jeweils die Mengeneinheiten, also esse ich beispielsweise innerhalb eines Monats 15 Pizzen und gehe einmal ins Kino. Das trage ich im Koordinatensystem hier ein. Wenn ich nun mit einer Kombination aus weniger Pizzen und mehr Kinobesuchen genau denselben Nutzen erzielen will, wie viele Pizzen esse ich dann weniger? Und wie viel häufiger gehe ich dafür ins Kino? Über diese Frage entscheidet sich jetzt, ob der Graf linear abfällt oder ob der Graf diesen geschwungenen Verlauf nimmt. Genauer gesagt nennt man das einen konvexen Verlauf. Also, derselbe Nutzen bei weniger Pizzen und mehr Kinobesuchen. Dazu muss ich als erstes gucken, wie viel Nutzenabzug ich bei nur noch 14 Pizzen habe, beziehungsweise wie viel Nutzenzuwachs ich durch zwei Kinobesuche bekomme. Wie sieht mein persönlicher Nutzenverlauf für jedes einzelne gut aus? Man geht in der VWL von der Nutzentheorie aus, also auch von einem abnehmenden Grenznutzen. Das bedeutet, mit jeder zusätzlichen Einheit hat man weniger zusätzlichen Nutzen. Was heißt das bei den 15 Pizzen und dem einen Kinobesuch? Durch eine Pizza habe ich nur wenig Nutzenabzug. Das ist ja klar, ob ich 15 oder 14 Pizzen esse, das macht keinen allzu großen Unterschied. Zwei Kinobesuche anstatt einem dagegen schon, da ist der Nutzenzuwachs ziemlich groß. Ich will aber bei meiner Kombination aus beidem in der Summe bei demselben Nutzen bleiben. Deshalb esse ich so viel weniger Pizzen, dass der Nutzenabzug den Nutzenzuwachs durch den Kinobesuch kompensiert. Wenn ich das hier so ungefähr ablese, verliere ich durch sechs Pizzen so viel Nutzen, wie ich durch einen Kinobesuch gewinne. Das trage ich in meinem Koordinatensystem ein. Entsprechend jetzt noch ein Kinobesuch mehr und dafür wieder weniger Pizzen. Der Nutzenzuwachs bei Kinobesuchen ist jetzt nicht mehr ganz so stark, dafür das Gefälle beim Nutzenverlust der Pizzen etwas stärker. Also esse ich für einen zusätzlichen Kinobesuch nur noch drei Pizzen weniger. Insgesamt stehe ich also bei sechs Pizzen und drei Kinobesuchen, die mir denselben Nutzen bringen wie 15 Pizzen und ein Kinobesuch oder neun Pizzen und zwei Kinobesuche. Jetzt lässt sich ja schon eine Tendenz feststellen, wie sich die Kombinationen entwickeln. Denn bei geringen Mengen gibt es einen großen Nutzenunterschied, während bei großen Mengen jede Einheit mehr oder weniger nur einen kleinen Nutzenzuwachs oder Verlust bedeutet. Das liegt daran, dass die Theorie hier davon ausgeht, dass der Grenznutzen mit jeder zusätzlichen Einheit sinkt. Wenn ich nur noch eine Pizza esse, wie oft würde ich dafür ins Kino gehen, um auf demselben Nutzenniveau zu bleiben wie bisher? Dazu gucke ich wieder genauso bei den Einzelnutzenverläufen und ich nehme das jetzt mal vorweg, dass ich bei acht Kinobesuchen auf dem Niveau bin. Jetzt will ich nicht für jeden Fall die Punkte im Koordinatensystem eintragen, zumal theoretisch ja auch Kombinationen mit 2,6 oder 3,257 Mengeneinheiten möglich sind. Mit den vorhandenen Punkten deutet sich aber schon ein bestimmter Verlauf der Indifferenzkurve an. Wenn ich die hier einzeichne, entsteht wieder ein konvexer Verlauf und kein linearer. Das ist auch logisch, wenn ich immer noch einen Blick auf die Einzelnutzenverläufe habe. Es geht ja immer um den Nutzenzuwachs oder die Nutzenabnahme, also den Grenznutzen, und der ist bei niedrigen Mengeneinheiten nun mal größer als bei hohen. Das besagt ja das erste Gossensche Gesetz vom abnehmenden Grenznutzen. Ein linearer Verlauf ist also bei nicht-linearen Nutzenverläufen der einzelnen Güter gar nicht möglich. Die Indifferenzkurve muss daher notwendigerweise diesen konvexen Verlauf haben. Noch einmal auf den Punkt gebracht, die Grenzrate der Substitution ist ein Maßstab für die Frage, wie viel ein Konsument von einem Gut A bereit ist aufzugeben, um eine zusätzliche Menge von Gut B zu erhalten. Die Indifferenzkurve kennzeichnet dabei, welche Mengenkombinationen einen bestimmten Nutzen erreichen. Untertitelung des ZDF, 2020